samstag der 2. dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir öffnen heute das adventskalendertürchen da machen wir natürlich auf beim netto adventskalender so man kann erkennen es ist ein flieger beim kaufland adventskalender machen wir da das türen auf und da kommt ein schlitten hervor ja wenn man rausguckt dann sieht man schnee und soll ja heute auch schneeschauer geben anscheinend bei dem adventskalender wo ich mir nicht sicher bin aber aus dem aldi ist das türen kommt ebenfalls ein schlitten mann hervor da hatte ich ja gesagt dass ihnen wahrscheinlich aus dem ledel habe da wir da die 2 und jetzt ebenfalls ein pfleger drin das türen mache ich mal wieder zu bei dem alkohol heiligen mit stars türen sieht nach demselben aus wie gestern so bei dem adventskalender habe ich gestern viele gemacht da oben ist natürlich natürlich die eins und ich habe gestern schon die zwei aufgemacht und da ist ein stern zum vorschein zum vorschein also gestern hätte dann der da sein müssen dann sag ich mal bitte like das video lassen abo da wir sehen uns morgen am sonntag im ersten advent und